Das Just Hotel Loma Zofira liegt in Cerminate in Lombardai. Das Just Hotel Loma Zofira ist beliebt unter den Gästen. 83% empfehlen das Hotel weiter. 15 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 15 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,2 von 6 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.